Freestyle Stick Trick Nummer 17. Cross Sticking. Ausgangslage ist der Traditional Grip und man spielt mit der linken Hand über der rechten Hand. Man kreuzt sozusagen die Schläge. Man kann verschiedene Schlagkombinationen machen, zum Beispiel Paradidl. Man weicht immer ganz leicht mit der rechten Hand aus, damit Platz entsteht für den linken Schlägel Viel Spaß beim Üben!